Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mafia Definitive Edition mit mir, der Mann Al. In der letzten Folge haben wir ein Hotel gesprengt. Rumpenstimmung, ne? Tada! Naja. Das Hotel hat sich von Saldieri abgewandt, hat... ...Infos von uns weitergegeben. Ist zum... Ist zum Moralos übergelaufen. Naja, dafür mussten wir sie bestrafen. Ah, und ich hab wieder WhatsApp an. Ist... Hala. Äh... So. WhatsApp aus. Äh, wie gesagt, ja. Ähm, genau. Wir haben die Prostituierte gestellt, die ausgeplaudert hat. Und haben ihr nahegelegt, die Stadt zu verlassen. Ganz, ganz dezent. Was sie dann auch natürlich überglücklich getan hat. Und wir sind jetzt auf der Flucht. Die Pullerei ist hinter uns her und vor uns ist die Kirche. Und wir müssen jetzt in die Kirche. Wo die Beerdigung von dem Stadtratszone ist, den wir getötet haben. Das kann ja was werden. Ah, der Zailung. Schleichen wir hier lieber mal. Willi, in der da kiss? Ja, das ist in der Karur. In derутt die Kirche. ��ok- tief wir auffallen, im Tode können wir Erlösung finden. William, hier war ein Sünder, ja, aber er war auch ein liebender Sohn, ein beschützender Bruder, ein loyaler Freund und deshalb reden wir, dass seine Seele Erlösung findet. Und jetzt möchte einer von Willis engsten und teuersten Freunden ein paar Worte sprechen. Vielen Dank, Vater. Ich, ähm, wollte meinen Respekt erweisen. Billy, ich hab dir das nie gesagt, aber du warst wie ein Bruder. Du hast mir so auf den Arsch gerettet, bis du will aussehen. Ich weiß nicht, wie. Was? Moment. Was machen Sie da? Das ist er. Der Curl hat Billy umgelegt. Dumm gelaufen. Das hat Billy angerichtet. Geh andere Gericht? Oh, oh. Ah wer? So. Mhm. He-Budelgeben. Da oben. Ouch! da bist du dich jetzt gerade wenn wieder fielten der aus ja 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 Du hättest das vor Tag beenden können. Verbrenn mal selber. Wo ist der? Ist der da unten? So, der ist weg. So funktioniert diese Stadt. Nehmen Sie! Ne, ne, kein Molotow. Wo ist eigentlich Sam? Soll der nicht hier sein? Ne, kein Molotow. Ne, kein Molotow. Das waren Kriminelle, Vater. Diebe. Vergewaltiger. Mörder. Gott hätte sie aufgenommen, hätten sie um Vergebung gebeten. Welcher dieser Männer hätte Erlösung durch Arbeit mit Bedürftigen gefunden? Welcher auch nur ein Leben gerettet? Keiner von uns, Vater. Du Bastard. Wenn du Weichte ablegen willst, mach das besser schnell. Bitte, kein Blutvergießen mehr. Tut mir leid, Vater. Verstehen Sie es als göttliche Vergeltung? Ah, da kommt der ja. Sind wir jetzt quitt? Klar. Fürs Erste. Für Ihre Mühen, Vater. Ich will dein Blutgeld nicht. Ihres wollten sie. Macht für mich keinen großen Unterschied. Das sollte reichen, um die Einschusslöcher zu stopfen und sie ruhig zu stellen. Wenn die Cops kommen, sagen Sie denen, dass die Schützen einen Ostküsten-Akzent hatten. Nicht aus der Stadt. Ja? Ich werde nicht lügen. Ich werde gar nichts sagen. Gut. Wäre traurig, wenn wir zurückkommen müssten. Und wo zur Hölle warst du? Kaum war ich in der Kirche, haben sie mich erkannt. Sind mir gleich rausgefolgt. Wo sind sie jetzt? Gleicher Ort wie die ganzen Typen. Lass uns abhauen. Lass uns abhauen. Alle, nicht da. Da. Aber dann kommt's wieder. Alter, nicht da. Da! geht da rein au 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 mit dem ding hier flüchten müssen ja geil oh mart was auch immer passiert ist die kopf sind sauer aber alles ist erledigt alles da stehen sie auch wieder eine straßensperre ein bisschen unorthodox fahren ja was wo denn was ja verdächtige in der innenstadt untergetaucht wir finden ihn das ist das ist das ist das ist das ist das Wir sind sie los. Gott sei Dank. Was ist heute mit dir los, Tom? Gott sei Dank. Heute werde ich aus dem Gedächtnis streichen. Wem sagst du das? Wir müssen zurück zur Bar und abtauchen. Für ein paar Wochen, so wie das gelaufen ist. Ah, der Priester hält die Schnauze, keine Sorge. Morello hat was abgekriegt und ihr müsst euch um Gilottis Sohn keine Gedanken mehr machen. Dem Boss wird's gefallen. Das war jetzt nicht praktisch. Ich spreche, dass ich mir erstellt, wir fahren auf zu, wir blasen alles ab. Okay, ich fahr vorbei. Das hatte ich so auch noch nie. Finde ich jetzt witzig. Ja, die steigen auch hier mitten auf der Straße aus und ein. Was soll denn der Käse? Da habe ich jetzt keiner auf der Zoo. Oh, das lief doch gar nicht so schlecht. Ich weiß noch, im Original war die Mission bockschwer. Vor allem am Anfang wusste man ja nicht, welches Zimmer die ist. Man hatte ja auch so keine Hinweise wie heute, sondern man hat einfach abklappern müssen. Hm. Ja, das war nicht so. Okay. Gut. Jetzt rutschen wir noch. Okay. 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 Ja, ja, ich habe geschnitten. Die alle langsame Fahrer waren als sie durften. Oh, ich bin zu weit gefahren. Ich habe mich zu sehr mit dem Überholen beschäftigt. Ich fuhre halt einmal im Umflug rum. Zwift Cola. Danke nochmal, Sam, für deine Hilfe. Ich dachte, meine Zeit wäre abgelaufen. Du hättest genau dasselbe für mich gemacht. Ich weiß. Aber wenn man so nah dran ist, drauf zu gehen, das ist schon was anderes. Das brauchst du mir nicht erzählen. Denk einfach nicht drüber nach. Das ist mein bester Rat an dich. Denk am besten über gar nichts nach. Oh, wir dann in Tommitzo. Himmel, Herrgott, Tommy. Sie gestehen gerade eine Schießerei in einer Kirche. Und das war erst der Anfang. Sie wissen, dass ich sie sofort einbuchten lassen könnte, bis sie alt und grau sind. Vielleicht, wenn sie denken, dass sie damit durchkommen. Aber dann wüssten sie nichts über Morello. Hallo, tut mir leid fürs Warten. Schichtwechsel. Was darf sein? Zweimal den Mittagstisch, bitte. Und mehr Kaffee. Wissen Sie was? Bringen Sie eine ganze Kanne. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Gab es Probleme nach der Sache in der Kirche? Das ist das Seltsame. Es ist nichts passiert. Salieri muss jemanden geschmiert haben, denn es tauchte nicht mal in der Zeitung auf. Wir mussten nur sieben, acht Monate warten. Die Cops waren ständig in der Bar. Sie hatten uns im Visier. Und Frank hörte, dass Morello bei der Wiederwahl von Gilotti mithalf, damit der sich um den Don kümmert. Wir bekamen ein paar Geschäftsbücher aus Morellos Büro in die Finger. 1933 lief gut für ihn. Der Penner wusste vor uns, dass wir am Arsch waren. Während wir die Köpfe eingezogen hatten, widmete er sich unseren Geschäften. Erst ganz leise ein paar Trucks verschwinden. Ein Spitzenverdiener hat zu viele Highboards, rast von der Brücke. Einer unserer Stammabnehmer schließt den Laden und zieht weg. Und euch ist nichts aufgefallen? Mir nicht. Pauli brauch vielleicht Lunte. Aber sogar mit den Cops im Nacken und einem lauernden Morello machten wir noch genug Geld. Da sich der Don Sorgen wegen der Cops machte, hatten wir nicht viel zu tun. Außer trinken und Spaß haben. Und jedes Mal, wenn ich zu Salieri ging, war das Sarah. Es war ein gutes Jahr. Bis Frank... Coletti, der Konziliere des Don. Ja, genau der. Hat mir den Kopf gewaschen. Hat uns allen den Kopf gewaschen. Die Leute in der Stadt reden eine Menge über euch. Ja, es gab etwas Ärger letzte Nacht. Keine große Sache. Die Prügelei in der Bar ist mir egal. Aber wie sieht das aus, wenn du da reinkommst und allen einen ausgibst? Geld will ausgegeben werden. Dann geh am Sonntag wetten. Oder führ ein Mädchen aus. Oder leg es an, verdammt. Willst du, dass ich ein Börsenschnösel werde? Werd nicht dreist, Tommy. Ich will dir was beibringen, damit du dir nicht ins Knie schießt. Hattest du mal einen Hund? Klar. Einen kleinen Köter als Kind. Mit acht oder neun, bevor ich aus Sizilien rüberkam, hatte ich diese schöne Cernico de Letna. Wie ein kleiner Windhund. Schnellster Hund überhaupt. So traf ich den Don. Wir veranstalteten Rennen zusammen. Setzten Münzen und Patronen auf sie. Kein Hund konnte ihr das Wasser reichen. Hat nie verloren. Nur ein einziges Mal. Haben nur ein Taschenmesser verloren, aber ich habe den Don noch nie so wütend gesehen. Ist sie alt geworden? Nein. Trächtig. Sie war läufig. Riss aus dem Garten aus. Und jeder Köter in der Stadt durfte ran. Du bist wie sie, Tommy. Jedes Mal, wenn du mit Geld potzt, bist du wie eine läufige Hündin. Und jeder in der Bar will es dir besorgen. Und wenn das passiert, brauchen wir dich nicht mehr. Verstehst du das? War ziemlich deutlich. Gut. Denn du musst an deine Karriere denken. Schau, Polly kommt nicht weiter. Er ist der richtige für Raufereien, aber er ist zu dumm, um etwas zu leiden. Sam ist loyal, aber er hat keine Vision. Aber du, Tommy. Du kannst diese Stadt mal haben. Ja. Ich weiß das zu schätzen, Frank. Und was war mit dem Hund? Der Don wollte sie ersäufeln. Haben ihm die Nase gebrochen. Du kannst mich hier rauslassen. Grüß Sarah von mir, Tommy. Interessant. Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Ah, Tommy. Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Ja, nochmal zu dem Gespräch mit Frank. Das gab es natürlich auch in der Originalversion, aber völlig anders. Also diese Anekdote mit dem Hund, die war jetzt hier komplett neu. Die gab es damals gar nicht. Gut, Sarah endlich wieder lächeln zu sehen. Ja, danke. Tut mein Bestes. Äh, so wie gesagt. Er hat völlig anders argumentiert damals, aber auch nicht schlechter. Er kommt zur Werkstatt hinter der Bahn. Luigi, Sarah hat diese Bücher an Marge ausgeliehen. Bitte gib sie mit unserem Dank zurück. Hm. Tja, gehen wir mal weiter. Damals hat der Boss mit Pepone gearbeitet und wir wurden gerufen, um jemanden auszuknipsen. Einen geschmierten Politiker. Er stürmte. Wir fuhren in die Vororte, um diesen Kerl zu schnappen. Die Straßenlampen lieferten nur schwaches Licht. Wir fuhren so gut wie im Dunkeln. Wir kommen zum Haus. Sind bereit. Und dann kommt dieser große Blitz. Und für eine Sekunde im Vorgarten sehe ich diesen Kopf. Liegt einfach so da. Start. Am Hals abgetrennt. Ja, erzähl keinen Mist. Ein paar andere Jungs waren schon vor uns bei dem Haus. Der Kerl hatte wohl mehr als genug Feinde. Den Rest von ihm haben sie nie gefunden. Schwarz, Zen. Ich schwör's. Ey, Tommy. Alles klar? Ja. Na, ist aber okay. Ja, kann man so sagen. Ich geh mal kurz vor zu Winnie hoch. Er schläft. Ja, ja. Schlaf nur. Hm. Habe ich denn? Genau. Den Revolver wollte ich haben. Die Vorschläger nehmen wir mit. Goldene Pistole. Den Schuss sogar. Rotflinde. So gefällt mir das. Donnerfüllen. So. Ist aber gut bewaffnet. Danke fürs Warten, Tom. Der Donner und ich sind nochmal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeit. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralfi und trifft Pauli am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Ich schlafe, wenn Frank schläft. Mann, er hält uns auf Trab. Morello hat die Finger überall sonst drin, Ralf. Aber der Schnaps ist unser Gebiet. Irgendwo müssen wir vorne sein. Nun, ich... Ich richte nur die Autos, Tom. Hab die Kennzeichen nochmal getauscht. Vorsichtig bleiben. Wir sehen uns morgen. Okay. Der sieht echt schnicker aus. Da liegt was. Eins zu wollten, komm ich. Nett. Nein, kein Radio. Kriege ich bloß mit der Ergo. Oh, der fährt sich echt geil. Schneekekerre. Wie weit muss man denn fahren? Oh je. Okay. Machen wir es so. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ihr ein Like und Subscribe und die Welt verteilen. Und wenn ihr es noch nicht für Instagram habt, die Notation-Bild aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt, sollte YouTube euch nicht benachrichtigen, wann wo was bei uns abgeht. Habt ihr noch den Twitter-Account? Dann ist es, wenn ihr ein Follower reindrücken solltet und da immer mitgeteilt bekommt, wann bei uns was live geht oder wenn irgendwelche Highlights geteilt werden oder wenn ein Stream ansteht. In der Hinsicht sage ich, danke bis morgen. Ich fahre hier noch ein Stückchen weiter und mache dann die Unmod kurz bevor ich da bin. soit von zwischendrin nicht nur irgendwas passiert. Bis denn dann. Tschöö. Bis zum nächsten Mal.